Hallo, herzlich willkommen in unserer Videoreihe Kreative CW Fotobuchgestaltung mit drei neuen Tipps heute für euch. Wir starten mit der Bildcollage. Bildcollagen bestehen aus mehreren Fotos, die entweder zu einem großen Foto verschmelzen oder mit der sich Seiten gestalten lassen. Hier gibt es viele verschiedene Varianten. Als Vorlage dienen unserer Seitenlayouts, die dann mit wenigen Klicks verändert werden können. Zum Beispiel das Seitenlayout mit acht Fotos. Nach dem Einfügen auf der Seite kannst du deine Fotos platzieren. Mit den blauen Anfassern lässt sich die Größe und die Position verändern. Drehen ist besonders toll. Wenn du jetzt noch die Ebene festlegst, entstehen dann die tollen Bildcollagen. Etwas aufwendiger, aber viel interessanter ist das Verschmelzen von Fotos zu einer Collage. Ich nehme drei Hochformate und lege sie nebeneinander. Mit Verläufen kannst du besonders schnell gestalten. Öffne den Bereich Masken und Rahmen Verläufe. Ziehe auf das mittlere Foto einen Verlauf, der zu beiden Seiten verläuft. Auf das rechte und linke Foto einen Verlauf, der zum mittleren Foto zeigt. Jetzt kannst du mit den blauen Anfassern die Fotos gegeneinander ziehen. Welches Foto vorn liegt und wie weit es hinter ein anderes Foto reicht, das entscheidest du. Der besondere Tipp. Füge dahinter einen schwarzen Hintergrund ein und verstärke so den Effekt dieser Collage. Noch mehr Fotos, andere Masken, alles führt zu tollen Ergebnissen. Ja, das waren die Tipps zur Bildcollage. Jetzt habe ich was ganz Besonderes für euch. Fotos, die aus dem Rahmen laufen. Hier werde ich immer gefragt, wie wird das denn gemacht? Fotos, die aus dem Rahmen laufen, beziehungsweise Teile des Fotos treten aus dem Bild. Ich mag das sehr, weil es sehr viel Tiefe auf der Seite gibt. Okay, und wie geht es? Ich zeige es dir. Zuerst wird ein Foto eingefügt, etwas vergrößert und mit der CW Fotoschau leicht weich gezeichnet. Nun ziehst du das Foto erneut auf die Seite. Jetzt kannst du am Rand des Bildes einen Bereich wählen, der als Detail geeignet ist. Ich nehme hier das Gras der Düne. Wenn ich nun stark ins Bild zoome, erhalte ich nur dieses Gras in meiner Ansicht. Jetzt ziehe ich einen Verlauf auf das kleine Foto, der ganz stark zu allen Seiten verläuft. Diesen Verlauf findest du im Bereich Masken und Rahmen. Abschließend wird der sichtbare Bereich noch fein ausgerichtet. Fertig ist dieser tolle Effekt. Das klappt natürlich auch mit beiden Seiten eines Fotos. So kannst du zum Beispiel einen Horizont, eine Straße, einen Weg, einen Zaun verlängern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Gestalten. Mein letzter Gestaltungstipp für heute ist das Verwenden von Bild im Bild. Dabei ordnet man ein kleineres Foto vor dem gleichen größeren Foto an, wahlweise sogar mit einem zusätzlichen Rahmen. Und so gehst du vor. Foto auf einer Seite Platzieren und Vergrößern. Nun wird über Neues Foto ein neuer leerer Platzhalter auf die Seite gelegt. Hier wird erneut das Foto eingefügt. Doppelklick auf das große Foto. Damit starten wir die Bildbearbeitung und wir nutzen den Weichzeichner. Wir blenden das Foto nach weiß aus, circa 50 Prozent. Danach wird das kleine Foto ausgerichtet. Linien und Kanten sollten richtig übereinstimmen. Wenn notwendig, zoome das kleine Foto etwas. So wirkt das kleine Foto jetzt als Ausschnitt. Das kannst du auch noch über die Doppelseite machen und sogar mehrere Bildteile anlegen. Das waren die Tipps in unserem dritten Film Kreative CW Fotobuchgestaltung. Natürlich gibt es weitere Tipps im nächsten Film.